Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von GTA 5 Online. Natürlich wieder zusammen mit dem Flo, dem Jan und dem Andreas. Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei, ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Übrigens an alle Leute, die jetzt vielleicht auf irgendwie Real-Life-Mod oder sowas warten. Ich bin gerade sehr, sehr stark dabei, das mit dem Polizeimod hinzubekommen. Und das werden wir dann in einem Stream demnächst dann wieder mal angehen. Dass wir da ein bisschen Polizeimod, Polizeispielen, was auch immer. Der Stream wird nächste Woche oder sowas kommen, ungefähr. Dass ihr da mal Bescheid wüsst. Aber jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Und jetzt wird auch die Frage beantwortet, wird der Flo das Flugzeug fliegen oder nicht? Aber kann ich bitte fliegen? Ich bin noch nie geflogen. Ja, wenn es gut geht schon. Junge, ich bin der beste Pilot, Alter, stell mich mal nicht schlecht. Leute, wir haben uns geschockt. Da muss er lachen. Ich glaube, wir haben es. Ja, eh, das ist schon sehr schwer. Übelst die Scheiße. Ja, warte mal, ich bin noch nicht unten. Ich habe gerade erst mal eine Treppe gesucht. Das Ding ist, wie fliegt man das? Weil sie war da beliebt. Ehe um den Frachtraum der Menschen zu betrachten. Ja, bis jetzt in Frachtraum. Nöne. Hey, ich komme nicht rein. F. Drück. Bis auf der anderen Seite, anderer Seite, anderer Seite. Ich komme immer noch nicht rein. Ah, ich bin ein Co-Pilot. Müsst ihr vielleicht hinten? Ja, stimmt, stimmt. Hier ist ein blauer Kreis. Ja. Ja, ich habe den nicht gesehen. Ich habe da nicht hingeguckt. Also war nicht auf der Map, glaube ich. So, wir sind hinten. Verlasse den Hangar. Du bist im Hangar. Oh, Hilfe. Andreas, geh mal an so eine Konsole. Am besten die hinter dir. Dass ich ein bisschen zu dir gehe. Vielleicht müssen wir ballern. Voll komisch, das Teil. Ich weiß es nicht. Wo muss ich denn hin? Abgabeort. Das Ding ist, wir sehen jetzt nichts. Das ist auch geil. Wir sind aber hier hinten. Ich frage mich. Ich drücke mal Enter an. Dann siehst du ein bisschen was. Ja, ja, ich. Hast du schon? Warte, ich schon, ja. Kann man auf die Map kommen? Leute, da ist einfach gerade ein Bus explodiert. Ey, der Andreas schießt wahrscheinlich. Ich schieß gar nicht. Ey, Helix, komm. Ey, flieg mal gerade. Du musst jetzt echt gerade fliegen, weil Helix, komm. Wir müssen die abschießen. Ja, halt den Kurs genauso. Nicht wackeln. Geht schlecht, nicht zu wackeln. Ja, probier es. Wir ballern gerade voll drauf. Oh fuck, ich muss. Ich muss weiter runter, ich muss weiter runter. Ja, sofern ist es nicht so. Junge, ich schieße dich abgleich. Kann man auf die Map gucken? Du musst nur hier fliegen. Wirklich, ich kann sonst nicht gut schießen. Das ist gerade scheiße. Junge, ich kann nicht durchfliegen, weil ich unten bleiben muss, sonst schnappt mich der Radar. Ach fuck. Alter, wie viel will er rein? Oh, er ist tot. Er ist tot. Alter, das waren vier Schüsse auf den Heli. Ja, wo ist aber der andere? Einer ist noch da. Ja, wo aber? Ach, da unten. Warte, ich habe ihn. Mit dem ersten Schuss. Oh, da kommen die nächsten. Wo, 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 wo ist der? Ich sehe die immer nicht. Ich sehe den, siehst du den? Ist der noch, ist der noch? Ah, da hinten. Das ist weiter oben, weiter oben. Nee, das ist nicht der. Nein, wo, wo, hä? Ah, da unten ist er. Das zieht nicht. Ab, wir haben ihn ja, nice one. Jetzt. Du musst echt ruhiger fliegen. Ab ihn. Als ob, ich habe den noch nicht mal gesehen. Ja, der Flügel fliegt so richtig. Also, ich will ja jetzt nicht meckern, aber bei mir ist die ganze Zeit so ein Flügel oder irgendwas im Weg. Das geht nicht anders. Glaub mir. Ab ihn. Oh, von vorne. Oder von links. Oh, Junge. Oh, ich sehe ihn. Ich sehe ihn nicht, keine Ahnung. Ab ihn. Ja, du fliegst ja auch ohne Kurve, egal. Ich mache die, ich mache die, Blut. Ja, sagen wir, es war eine Kurve. Ich weiß es echt nicht. Ich bin gerade so verwehrt. Ich habe schon ein paar Helis gekillt, aber... Ey, du glaubst nicht, wie verwürdig ich bin, wie man das Ding fliegt. Müssen wir den killen, ja. Ey, Junge. Flieg mal unten. Ja, das Steuerkreuz ist so richtig so... Voll... Ey, Junge. Kannst du das bitte leisten? Das ist extrem verstört. Ich kann dich nicht treffen. Ich kann dich nicht treffen. Da sind zwei Helis. Wir können... Jetzt fliege ich nochmal. Ja, jetzt ist... Jetzt bewegt sich das auch nicht mehr so hart, Alter. Junge. Ab ihn. Ja, ich muss dann... Ich kann... Ich habe den anderen... Ich muss weiter runter, ich muss weiter runter, Hilfe, 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 Hilfe. Da ist wieder ein Heli, aber ich... Ich sehe ihn nicht. Ja, ja, ich sehe ihn. Bei mir ist ein Flügel im Weg. Ab ihn. Jan? Jan? Ja, was ist? Wie fällst du das Fliegen so? Ja, super. Perfekt. Ist es wie wir bemängeln? Nee, ist okay, aber wie gesagt... Hey, ist ja gerade im Berg geschlungen, ist er wirklich, ne? Nein. Ich sehe ihn jetzt nicht mehr hinterm Berg. Ah, da kommt er. Ich habe ihn. Ah, ist kalt, er ist der Schuss. Wie lange haben wir es noch? Ist es noch weit oder nicht? Keine Ahnung. Ich kann nicht auf den Web gucken. Aber du siehst ja ungefähr, wo, ungefähr, wo... Er sagt, der Weg ist klar. Ach, der Weg ist... Oh. Wie bremst ich? Du sollst, du sollst auf ein Senkrecht machen. Rücke E. Hallo, du kannst nicht so landen. Rücke E. Du musst in Wien Heli landen. Ja, ich habe die ganze Zeit so. Hallo. Was sagt denn ihr? Wir landen. Janis, das ist aber echt ruhig, ne? So, meine Freunde, Vorbereitung bestand. Was ne Silber? Shit. Oh, als ob er Platin kriegt und ich Gold. Nice, scheiß. Ich sag dir, es liegt dann im Fliege. Ja, ja, ist... Ne, nur weil man... Nicht fair bewertet. ...nur weil man fliegt. Aber ist okay, ich habe dagegen nichts. Oh. Ui. Es geht weiter. Wir sind am Ten-Haus. Könnt ihr, ich könnt ihr es glauben, es geht weiter. Hey, hey! Was denn? Der schlägt mich. Das ist schon wieder wie in der letzten Folge, ne? Stopp! Nein, hör auf, bitte nicht. Wir müssen jetzt, jetzt wirklich nicht, weil wir... Ich wäre da fast hingelaufen. Also, Leute, wir haben zwei Autos. Boah, ich hab' über 400.000. Ich brenne! Wir haben zwei Autos, wir können da hinfahren. Wer will bei mir einsteigen? Ja, keiner. Kann's machen. Doch, doch. Das war so typisch Flo, ne? Warten mal, ich kann mal mein Geld einzahlen. Ey, wir haben einen Stern. Einzahlung, zack. Ich kann nicht mehr fahren, hallo. Junge, da. Dann sind halt wir erst, dann noch. ULP-Informationen, in Klammern, Ausrüstung. Schaltet die Einführung von Agent ULP aus. Entführer. Ach so. Geil, nochmal. Schaltet die Entführer von Agent ULP aus und beschafft euch Informationen, wo er festgehalten wird. Nein, scheiß. Das machen wir jetzt, meine lieben Freunde. Heißt das jetzt Folter? Supergeil. Ja. Ja, du kannst beim langsamen vorbei... Ey, meine Tür! Ich sah dein Bunker, dann. Oh, sorry, Jan. Erledige die Dealer. Oh, Mike, du Arsch. Du hast mich in dein Bunker gesagt, ich war in deinem Bunker. Ja, ich sehe dich, ich schuld. Ah, du Arsch. Junge, ich bin dran. Was soll das? Ich überhaupt, ich bin dran. Äh, die Dealer, die Fahrengardner. Ja, danke, dass du mich reinstellt. Wir müssen die erledigen. Mike, ist nur dran. Jan, mach hier mal bitte, danke. Ja, noch aussteigen, perfekt. Komm rein. Oh, hier sind direkt zwei bei uns. Du klärst direkt auf ihn zu. Ja, Jan. Gleich rechts aus. Du bist ready, ne? Ja, ja, klar. Die ganze Zeit. Ja, nicht, dass du da wieder rumschreibst. Okay, du musst töten, du musst töten. Ist er tot? Ist das wieder auf schwer oder habt ihr auf leicht gestellt? Warte, ich sag dir, wo der Nächste ist. Sonst, da liegt was. Geld. Fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Weiter, weiter. Einfach raus. Ja, der eine kommt her. Die kommen her. Ja, wo sind die? Ach, da. Fangen wir zu dem ganz hinten? Ja, genau. Das hat richtig viel. Ey, wir nehmen den ganz hinten noch. Oh. Bei der nächsten biegst du jetzt ab nach links. Ich hab mir einen Feind gemacht, Leute. Jetzt fahr geradeaus, dann kommt der irgendwann gleich. Okay, Jan, komm. Hier, wir nehmen das. Ja, wir haben schon drei Nieder gekillt. Ihr seid so unproduktiv. Hä? Es waren nur vier. Es sind vier Stück. Wir haben einen getötet und einer ist vor uns. Was laberst du? Hä? Es waren halt echt drei, glaube ich. Nein, es gab nur vier. Jetzt haben wir den einen. Wir haben die Platten. Die Karre ist zwar cooler, wir haben einen Platten. Das ist ja echt nicht traurig. Vor allem, wie ich da drinnen haucke. Cool. Hier die Fake-Informationen bei Mike. Ah, wir haben sogar eine Route. Chillig. Ich glaube, es spinnt. Hey, das siehst du im Video. Es waren irgendeine... Hä? What the fuck? Vielleicht habt ihr noch einen Random gekillt, wahrscheinlich. Ja? Nee, nee, er war irgendeine... Ich weiß es nicht. Ich kann es schon sagen. Es waren vierzig. Ja, ja, es hat mich auch gewundert, aber wie gesagt, ich mache jetzt echt keinen... Ich glaube, aber keine Scheiße. Mann, der Platte regt mich richtig auf. Aber die Karre ist cool. Schießt der hier rum, Alter. Eie. Ja! Dicker da. Oh, da steht einer. Oh, die schießen, die schießen! Schieb, man. Komm, wir sind mit in die... Ach, wir sind hier hoch. Ja, klar. LOL! Ups. Die stürmen rein, Jungs. Hey! Ich laufe hier runter, cool. Oh! Mein Gott, sind da viele. Bats! Jeder kriegt einmal die Ding. Oh, da sind ja echt viele. Da ist gar keiner mehr bei mir. Lass mich. Ach, Mann! Nein, scheiß. Lass mich das Ding nehmen, danke. Super, das ist hier. Was für eine Blauerei, das hier ist. Wo ist die auch hier? Ich spiele die Tasche, so. Lass dich. Oh! Nein, jetzt komme ich da nicht mehr rein. Ist egal, wir kommen raus. Wir sind schon fertig. Sorry. Du bist so ein bisschen reingerannt. Das ist mir aber auch passiert, oft einmal. Jan, lass hier die Karin nehmen. Oder auch nicht. Andreas, dann komm hier mit rein. Also, ihr habt das globale Signal, das heißt, wir können euch beschützen. Ja, dann bleibt bei uns. Wir haben kein schnelles Auto, nur so zur Info. Komm jetzt, ihr müsst zur Basis. Ja, dann steigt bei mir ein, Mike. Dann steigt bei mir ein. Nee, nee, das passt. Ich habe ein schnelles Auto. Ist mir egal. Hier sind Leute. Alter, dein, weißt du was? Wow. Komm, fahrt, fahrt einfach, fahrt einfach. Okay, dann fahren wir einfach. Andreas, du kannst ein bisschen schießen, ne? Ja, das mache ich. Oh, ey, Jungs. Ja, dann kick mich auch noch. Ich wollte die Karin nehmen. Das passt zum Flair, Alter. Drogenmission, so eine Karin, das passt. Willst du vielleicht mal in Auto fahren, dass du nicht mitfahren musst? Rang erhöht. Ich muss abbiegen. Ja, ich merke es gerade auch. Okay, wie viel. Ich bin gerade konzentriert. Da war gerade so ein Ding heranerhöhnt auf 39, deswegen habe ich es nicht gegrafft. Junge. Was ist das, ne? Ja, die, die... Ja, ich kann nicht so langsam fahren. Geil. Weiß, die Leute kommen jetzt mit ihren Hubschrauber und machen Suizid in dein Auto. Werden die Leute tatsächlich Suizid mit ihrem Hubschrauber auf mein Auto begehen? Das ist die Frage. Das sehen wir in der nächsten Folge. Schaltet den nächsten Mittwoch wieder rein. Lasst mir die Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.